Ähm, die erhöhen dein Max-Supply. Ach so, ja. Aber ich dachte hier beim Ranked ist immer auf 200 gecappt und das war's. Ne, ne, ne. Du kannst 250 haben auch. Ah, lul. Wenn du genug Dorfzentrum baust. Und es gibt noch nen Tag, den du erforschen kannst, dass Dorfzentrum noch mal 10 mehr geben. Äh, Carthage glaub ich. So, warte mal, was muss ich machen? Broseche. Broseche. Erstmal mach ich Broseche und dann mach ich Dektum. Dektum. So. Leche. Ah, you repair. Brosek Dach, mal? So. Gib den mir... Ich bin so froh, dass beim ersten Schwein das Hauptgebäude mit schießt. Bruder, tötet den! What the fuck happened? Okay. Okay. Also, der läuft rum. Ach, Scheiße. Jetzt haben wir wieder dieses Wasserproblem, ne? Ich glaube, ich gehe erst auf Wasser, wenn ich auf H abgehe. Okay. Warum mache ich das nicht? Okay, wir haben Hades gegen uns und ich glaube, das ist die gleichen, ey. So, ich muss einmal Force droppen, sonst passiert hier nichts. Wenn es die gleichen wären, würde ich Angst kriegen. Nee, nee, nee. Aber Hades und Uranus, nochmal. Das ist der, wenn man mit dem Port, einmal sind sie du. Okay. Fedef dies. Fedef dies. So. Das ist schon mal ein spannender Start. Wenn du mit dem Port hast, ist das okay, du musst einfach nur auf Gold gehen. Und schon bist du happy. Das stimmt. Aber bei, wie heißt's, bei dem Kronos-Typen ist natürlich im 2v2, muss man ganz ehrlich sagen, der Port ja Ultra-T. Voll. Das ist ja immer helfen. Das ist ja wirklich der große Nachteil, wird ja... Oh no, was mache ich? Das war ja übelst dumm. 20% weniger Favor-Kosten, äh, Gunst-Kosten. Das war doch mal ein schönes Relic. Okay, jetzt merke ich bei den Booten auf jeden Fall ein Problem. Ich brauche ja deutlich mehr Holz. Wut, Leute, Wut. Das ist wie damals bei AOE4. Du musst im Prinzip einfach deine komplette Food-Eco am Anfang auf Holz umstellen. Ja, das... Damit du das gut supporten kannst. Ja, das habe ich dann einfach nicht gemacht. Sobald ich halt Wasser gesehen habe, nö. Ja, ja. Ich bin da ganz bei dir. Ich mochte auch nie Wasser-Maps. Wasser ist ein großes Nene. No. Oh, wie ist das denn so teuer? Das ist ja ein schwimmendes Haus, Leute. Let me click up. Oh, du bist ja so viel schneller, ne? So einen Start hatte ich ganz gut, ob ich mir das jetzt sagen. Bei mir ist halt der Start ist es bei Wasser halt überhaupt nicht optimiert. Ja, ich bin halt erst mal gar nicht auf Wasser gegangen. Was ist hier gelb? Ups. Scharfe. So, dann hole ich mir das Relic da oben einmal. Uh. Gutes Relic. Werd' mal, wirst du denn das, was ich gesehen habe zuerst? Das da. Habe ich mir erst das da. Ding Dong. Ding Dong. Neues Boot. Warte mal. Ich glaube, ich gehe sogar erst auf Wasser in Castle Age, wenn ich dann meine mythische Einheit bekomme. Und dann kliere ich das einfach weg. Gleichzeitig. Oh, das ist schlau. Weil dann denkt der Gegner, er hat schon Wasser. Er hat alles Wasser und dann ist plötzlich alles weg. Er hat sich alles lügen. Wait. Trail. So. Leuch. Hier hole ich die Ziegen. Wurf. Hat die Ziege gerade Wurf gemacht? Ja, ja. Okay, das ist klar. Lüge! Wo sind eigentlich... Die machen so die Schafe. Wozu braucht Ajax eigentlich 50 Gold, äh, 50 Holz, hm? Dass die sich hier selber einklemmen manchmal, die Visitor, ne? So dämlich. Ja, das passiert übel oft, finde ich. Das finde ich total unangenehm. Okay. So. Oh, ich habe schon wieder was vergessen. Aber ich fixe es. Deine Türme finde ich so geil. Danke. Dein Turm finde ich auch geil. Dein Turret. Deine Hosenbastion. Dein Turret, ich weiß nicht, ob ich voll Bock drauf habe. Das war. Das ist nass. Guck mal, mein Bild ist gar nicht so im Arsch, Leute. Lass dich hier nicht beten, Mann. Grün hat noch nicht hochgeklickt. Jetzt hast du erst ein Tempel dafür gebaut. Achilles, hilf mir beim Arbeiten. So. Tekton. Broseche. So. Die haben so eine übelst lange Spawn-Time. Das finde ich immer übelkrass. Dass man so richtig merkt, wie lange es dauert, ehe die Units, die spawnen, also die Helden fallen. Dann braucht ihr so im Moment, um erst mal klarzukommen. Ja, genau. Die wären so richtig geboren. Sie müssen jetzt mal die ganzen Eindrücke aufnehmen. Und dann, was mache ich hier eigentlich? So, ich klicke hoch auf Castle. Na, ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen weiter weg. Ein bisschen. Dafür töte ich das so. Oh, warte mal. Ich komme ja... Oh. Ein bisschen attackt das nicht. So, schön. So. Bruder, ich habe ja so ein Orakel in den Busch geschmissen mit dem Minotaurus. Jetzt kommen die beiden nicht mehr an. Hast du denn dein Spell auf mich benutzt? Noch mein Town Center? Dann... Klar. So. Leute, ich kann den nicht töten. Das Orakel ist unendlich lang stuck da drin. Oh. Oh nein, bitte nicht. Bitte sei blind. Ich glaube, er ist blind. Von unten, von links kommen gleich ein paar britische Bogenschützen zu dir. Von links. Jo. Du machst ja einfach den Turmspell auf mich, richtig? Ja, ja, mache ich. Richtig. Oh, okay. Neuermind. Die sind bei mir wieder. Ich schlau wieder. Tekton, Ritomos. Ah, ist okay. Zwei, drei Besitzer kann ich verlieren. Dostagnose. Das sind so beritten. Ah, jetzt reif ich das nicht. Ah, genau, genau. Das meine ich ehrlich gesagt, ob das ein Beritten ist. Mhm. Jetzt kommen die von links bei dir aber? Ah, ja. Jo, ich laufe den indirekten gegen. So, Hafen wird platziert. Der hat ja so einen Vorhörer. Das sind alles Helden. Das ist das Nervige. Das vollstackige mich. Jetzt sind alles Opfer, Junge. Auch, ja. Richtig. So. Okay, dann brauchen wir noch das hier nochmal. Okay, dann nochmal das. Was reitet ihr hier rum, Alter? Übel neu. So, es gibt zu wenig Essen hier auf der Karte. Das ist ja übel anstrengend. Hey. Das sind ganz normale Menschen. Ja, der reitet da fleißig rum, der Typ. Aber gegen die, da muss ich quasi die anderen bauen, richtig? Richtig. Nicht die normalen Bogenschützen. Genau. Wie dumm. Das Gefühl, manchmal macht man so indirekt so Friedensverträge auf dem Wasser. Ich mache ja vor Krieg. Ich kaufe mich dann, glaube ich, hoch. So, wie es sich für Hades gehört, Leute. Hades. Einkaufen. Shoppy, shoppy. Du hast mehr Gold als alle anderen. Ja. Ich bin wirklich hoch, würde ich sagen. Was ist Neues? Los, jetzt. Easy. Ein Vogel runtergeholt, aber ist okay. Oh, der hätte ihn ja ausbekommen, der Biss ist. Wohle, wie? Komm, mal, der will hier einen Dorfzeit noch bauen. Was ist frisch. Was ist da oben? Wo, das ist gut. Boah, der hat ja irgendwelche Ballisten oder so. Alter, da ist irgendwas eingeschlagen. Der hat ja irgendwelche Ballisten hergebaut. Iiih, was ist das? Da ist so eine Slapstick-Pflanze. Was Slapstick? Das ist mir der... Okay, also er verliert übelst hier. Er kommt mit dem Bogenschützen und dem Minotaurin. Überhaupt nicht klar. Das ist nice. Zwisch gern, Maxim. Zwisch gern. Ja. Das ist hier. Ich sag's mal, bitte bauen hier. Also Achilles hasst Lebewesen jetzt mal ganz ehrlich. Das fände ich sehr gut zu hören. Alter, er ist raus schon. Maxim, du hast den komplett rausgegeben. Ja, er ist ja auch toll. Er ist ja auch übel hol. So. Ich hab jetzt... Warte mal, ist der raus rausgegangen? Ja, ne? Er ist raus, raus. Okay, geil. Dann gehe ich zu dem Grünen. Wir gehen zu seiner Expansion, oder? Ja, gerne. Okay. Dann... So, dann tecken wir den Shit. Dann... Sieht's eigentlich ganz gut aus, ne? Dann können wir zwar das Spam, oder? Dann bauen wir jetzt eine Festung, würde ich sagen. Eine sogenannte Sicherheitsfestung. Ich brauche dafür 10 Blubberblitze. Okay, dann ist das die 4. Also 2. So. Ich komm reingefahren. Direkt. Ich komm von der Seite reingefahren. Ich küsse das Schock, aber das bist du. Ja, das ist gut. Ich küsse das Schmied-Upgrades. Ich küsse das Schmied-Upgrades. Ich küsse das Schmied-Upgrades. Ich küsse das Schmied-Upgrades-Bogenschützen-Verdammt-Gut-Gut-Gefährle. Gefällt mir nicht. So. Das ist die 4, ne? Boah, die Katapulte werden halt einen Monat brauchen, die die bei dir sind. Aber... Aber... What shall I do? Dann wird es Zeit für Schweinearbeiter. Oh, es geht gar nicht. Oh, aber das geht. Du kannst du in Heulschrecken. Oh no. Was ist ein Elefant? Keine Sorge, der macht Tür rö. Tür rö. Jetzt den Tower machen. Oh, darum geht der auf die Gebäude. Ich suche mal so eine Workline. Ich gehe mal außen rum. Oh, hier sind 300 Arbeiter. Boom, they all did. Leute, one base play. Für die Spieler, die kein Gehirn wollen. Okay, also er hat gerade 700 Arbeiter verloren. Wir machen weiter. Ich komme hier echt durch. Keine Armee zusammen. Ich bin, glaube ich, keine Gipta, Maxim. Okay, nee, dann komme ich runter und sammle mich, weil jetzt kommen die ersten Katapulte an. Aber es dauert halt ewig bei mir. Das ist okay. So, 300, 300, aber 300 Nahrung kriegen wir nie zusammen. Hades, es wird unter Zeit zu shoppen. So. So. Ich will nicht, weil du sollst du beten. Ja, du bist ja der absolute Übermacht hier in diesem Game. Look at me. Schweine! So. Jetzt ist er mal da. Jawoll. Ah, Maxim. Danke für den Carry. Der Rucksack war gigantisch von dir. Ja. Aber ich hatte es auch leichter, glaube ich. Richtig gut gemacht, ey. Ja, der Rote war völlig gut. Der Rote, der hast du komplett rausgemobbt. Ja. Also, den hast du selbst mit Joghurt im Rucksack weggeschubst. Der hatte halt, guck mal, wie viele Expansions der Grüne hatte. Ja, ja. Der hat gut, der war gut. Ich glaube, das Wasser ist sehr gut gehalten. Ach. Stark, ey. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich dieses Ding bekomme, diese mythische Einheit. Der hat gar kein Wasser gehabt, der Rote. Oh, mein Gott. Ja, der hat auch schwer gespielt. Okay. Okay. Und das ist der Wachstack. 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 Und das ist der Wachstack.